Dieser schicke Ford Cougar Titanium mit Individualpaket könnte schon bald vor ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wismar. Der sparsame Euro 6 Dieselmotor erfüllt die neuesten Umwelt- und Abgasvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen elektrischen Außenspiegel bieten beste Übersicht. Fünf Türen erlauben einen leichten Einstieg, besonders hinten. Hier sind die Scheiben abgedunkelt, das sieht schick aus und lässt die Sonne draußen. Schicke Leichtmetallräder unterstreichen den sportlichen Charakter des Wagens. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder, wir haben immer super Angebote. Die beheizten Vordersitze mit Lederstoffpolster bieten eine gute Sitzposition und viel Komfort. Fussmatten gibt es bei uns dazu. Das umfangreiche Sicherheitspaket in diesem Cougar schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Airbags und Nebellampen vorne. Die automatische Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört eine Bluetooth-Freisprechanlage vom Typ Sync. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Mit diesem eleganten Ford Cougar Titanium und dem schicken Individualpaket werden Sie viel Spaß haben. Der Wagen ist Ihnen aus dem Top-Zustand. Die aktuelle Inspektion haben wir durchgeführt und der Wagen bekommt neu TÜV. Auf Wunsch gibt es bis zwei Jahre Garantie. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in einfach Probe. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Oh, gut. Jetzt mit der Inspektion. truly flüssig. Bis zum nächsten Mal.